Hier im Buzzshuttle, so erstmal Tom Wadabiki, mit gutem René, René hübsch, wie eh und je. Nee, lieber nicht so. Und dann noch einen, der sich tarnt, ihr kennt auch eh keiner, deswegen ist es nicht so schlimm. Und ja, wir fahren jetzt hier mit dem Buzzshuttle irgendwo in die Universal Studios und es ist recht geil. Kraftswetter, L.A., läuft. Ja, du bist richtig derbe peinlich, weil dich keiner kennt. Läuft, auf jeden Fall. Jo, schöne Gegend und so. Ja, King Kong Werbung, läuft. Das ist gar nicht erst mal in so. Und der Shuttle-Bus ist nicht so schnell, aber dafür ist die Umgebung recht geil. Just remember guys, we're gonna have a video up later of Merlin up to get a wine cut. Ja, definitely. On your face. Ja, da wohne ich später mal, wenn ihr wisst. So ungefähr ist mein Gasthaus. Ja, später gibt es auch noch Videos mit Alistair und Simon. Die Schlampen trefft wir später auch noch. Ja, alles ganz nice angerichtet. Kann man sich gar nicht beschweren. Frankenstein. Frankenstein Parkhaus. Läuft. Und noch ein paar mehr Fallen. Ja. Ja, genau, Madai Senior. Ich grüße meinen Sohn. Madai ist noch einer meiner jüngeren Wurden. Das ist mein Witter. Madai ist noch ein Unhelich. Der heißt Bartu Müller. Nein. Der heißt Bussi. Oh, Schüge, Alter. Schüge. Und ab geht's. Da hat er einfach einer von anderen Zeilen gehalten. Tja. Pech. Drüben. Die Automotive ist. Das wäre eine Schlampe. Ziemlich geil. Alles voll mit Palmen. Wetter gut. Ist genau richtig. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Es geht. Oh, es geht. Das ist mein Wettbewerb. Das ist mein Wettbewerb. Wir wollen wieder mal durchsagen. Ich mach mal kurz auf. Vielen Dank.